abgetrocknet. Guckt euch mal an, wie feucht die Strecke noch ist, aber das zweite Mal, lights out und let's go hier in Ungarn. Wir kommen besser weg als die beiden Links. Scheint auch so, als ob die rechte Seite eventuell trockener ist, weil Bottas und ich unfassbar gut weggekommen sind. Ich kann mich hier direkt an Bottas dran robben. Kann das jetzt hier schon reichen, um ihn zu attackieren? Nein, hier geht das noch nicht, das ist einfach zu nahes von Bottas.